Hallo und herzlich willkommen bei Ocean Well. Wir sind heute wieder zusammengekommen. Ihr draußen, ich hier, Kirsten Genutzmann. Hallo. Um uns ein Produkt aus der Basic-Line anzugucken und zwar fällt heute die Wahl auf dieses Probier-Set. Das haben wir gemacht, damit ihr die Möglichkeit habt, es kennenzulernen, weil es ungewohnt ist, Meereswirkstoffe auf der Haut zu haben. Das muss sich üben und deswegen bieten wir eine Auswahl an Produkten, die sich eignen, in so kleinen Größen verpackt zu werden. Nicht traurig sein, alles geht nicht. Das Peeling zum Beispiel, Augencreme, eignet sich nicht, um so klein zu verpacken. Das hat technische Gründe, auch wirtschaftliche Gründe. So habt ihr aber eine tolle Auswahl, sieben kleinen Größen. Feuchtigkeitscreme, Pflegecreme, eine leichtere und eine reichhaltigere Creme, vielleicht für den Sommer und für den Winter, für junge, für reife Haut und so weiter. Dann gibt es eine Reinigungsmilch, dann gibt es eine Lotion, ein Öl. Also viele Möglichkeiten, die verschiedenen Texturen von uns kennenzulernen, um sich ein Bild zu machen, wie es sich anfühlt auf der Haut. Und was unser Wunsch ist an euch, probiert aus, die Bedürfnisse der Haut zu erfüllen, welche Textur dazu passt. Manchmal hat man durch Medikamente oder durch Klimaanlage verschiedene Abweichungen von der Norm und dann braucht man mal einen Tropfen Öl in die Creme, was man eigentlich sonst nicht braucht. Und das könnt ihr hier super ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt dazu, ruft ihr uns gerne an oder kontaktiert uns auf den bekannten Kanälen. Und übrigens ist das auch ein tolles Geschenkset. Wenn ihr also super zufrieden seid mit den Produkten, kann ja vorkommen, und Lust habt es zu verschenken und ihr wisst nicht so recht, welche Richtung jetzt, was kann sie, was kann er gebrauchen, ist es ja für beide, für Unisex sozusagen, ist es für Mann und für Frau verwendbar und auch für Neurodermitiker und Psoriatiker. Das heißt, die Gruppe, die wirklich mit erkrankter und natopische Eczeme Haut sich damit arrangieren müssen, sag ich mal, ist es schwierig, Duft zu kaufen. Wir erleben aber ganz, ganz oft, unsere Beduftung ist mit ätherischen Ölen von Lemongrass und Hochholz ganz, ganz hautfreundlich, sind überhaupt nicht reizend und so kann man ganz sanft ausprobieren, ob es was ist. Und das ist, wie gesagt, ein schönes Geschenk. Von daher ein Schleifhinderung fertig. Kein Plastik für die Meere, also nur ein Schleifhinderung. Wir freuen uns über eure Kommentare. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit unseren Produkten und freuen uns über euren Kontakt. Dankeschön. Ciao.